Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 2. September. Heute haben wir dabei Huawei Mate 30, Spotify Podcast, Tesla Model 3, Skype Shats und AVM auf der IFA. Beginnen tun wir mit Huawei. Ja, Apple hat ja letzte Woche das Datum für sein Apple-Event bekannt gegeben, den 10. September. Und jetzt hat Huawei nachgezogen und die haben bekannt gegeben, dass sie am 19. September, also 9 Tage später, in München ihren Event veranstalten, wo sie das Mate 30 und das Mate 30 Pro vorstellen werden. Das Motto für die Veranstaltung heißt Resync Possibilities und sind wir mal gespannt, ob wir da noch mehr rund um die Problematik mit Android und den Google-Diensten erfahren und was es sonst noch so alles Neues gibt. Spotify, die haben mir in den letzten Monaten, oder eigentlich schon im letzten Jahr, richtig Gas gegeben in Sachen Podcast und unter anderem mir auch Anchor und Gimlet gekauft. Nun ist im Podcast-Bereich der App ein Button aufgetaucht, mit dem man eigene Podcasts aufnehmen kann. Der macht zur Zeit noch nicht so richtig viel, sondern verweist nur auf Anchor. Aber es könnte natürlich auch ein Hinweis für die Zukunft sein, dass man später direkt in der Spotify-App mit der Technologie von Anchor seinen eigenen Podcast mal eben schnell aufnimmt und auch direkt veröffentlicht. Es gibt auch zur Zusammenarbeit oder beziehungsweise zur Kombination von Spotify-Anchor eine eigene Promoseite, also auf jeden Fall, da passiert was, da ist was in der Mache. Wo jetzt auch was passiert ist, ist bei Tesla. Es vergeht ja keine Woche ohne Tesla-News. Und diesmal eine sehr schöne Nachricht. Tesla hat bekannt gegeben, dass das Model 3 ab sofort 100% lederfrei ist. Sprich, kein tierisches Leder wird mal verwendet. Es sind alles Kunstleder und Kunststoffe. Und damit hat Tesla auch einfach Sprechen erfüllt, was sie wohl mal gegeben haben. Und auch das Model Y wird lederfrei sein. Beim Model S und beim Model X wird es anscheinend schwieriger sein, warum auch immer. Und bislang war auch die größte Hürde wohl das Lenkrad, das beheizt ist. Und synthetisches Leder eben anders reagiert als Naturleder. Und das wurde eben jetzt behoben. Von daher Tesla Model 3 ab sofort 100% lederfrei. Skype. Die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass man damit Videotelefonie macht oder eventuell auch nur normale Telefonie. Aber die haben ja auch einen Chat-Bereich, in dem man Messaging machen kann. Und der war eher so, ja, stiefmütterlich behandelt worden von Skype selber. Hatte keine großen Features und da wird jetzt ein bisschen dran geschraubt. Denn Skype bekommt die Möglichkeit, dass man Drafts, also sprich Entwürfe, machen kann, die man erst später verwendet im Chat-Bereich. Und auch Bookmarks werden eingeführt, sprich man kann sich entsprechende Nachrichten auch markieren. Man bekommt eine bessere Voransicht für Sachen, die man reinschiebt, also Fotos, Videos oder auch Dateien. Und ja, bei so vielen Sachen zieht Skype damit für den Chat-Bereich eher so ein bisschen nach, für was eh schon der Standard ist. Ja, abgesehen halt von diesen Entwürfen, denn die gibt es woanders auch nicht unbedingt. Und da gibt es durchaus auch Dienste, die sich schon rund um andere Chat-Clients gebildet haben, die sowas nämlich bieten. Anscheinend ist da ein Bedarf und Skype ist der erste von den Großen, der ihn anscheinend erfüllt. Letzte Nachricht für heute ist eine, ja, so Semi in eigener Sache. Denn der Martin und ich werden wieder zur IFA fahren diese Woche. Am Mittwoch geht es los. Die IFA startet dann richtig so am Donnerstag. Freitag, Samstag natürlich die vollen Tage. Und wir werden ja auch unsere Freunde von AVM dort besuchen. Mit denen arbeiten wir schon länger zusammen, haben ja schon Diverses vorgestellt. Und die haben auch bekannt gegeben auf ihrer Webseite, dass sie neue Rautermodelle vorstellen auf der IFA. Die werden wir uns natürlich angucken. Unter anderem wird es aber auch neue Smart Home Hardware geben. Und auch das Fritz DECT 440 wird vorgestellt. Da wurde auch schon darüber berichtet. Also auf jeden Fall sehr viel Spannendes bei AVM. Ja, und damit war es das auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und danach, ja, sogar von der IFA. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.